Öh, ja. Dann mal anfangen. Erst etwas Mehl. Aber wie viel ist denn jetzt etwas? Ach, was soll's. Einfach alles rein. Als nächstes drei Eier. Wasser. Nun eine Prise Salz. Aber wie viel ist jetzt so eine Prise? Sicher drei Esslöffel. Nun eine Tüte Backpulver. Und nun schön zusammenmixen. Nanu, der Teig sieht aber seltsam aus. Erstmal alles platt machen. So geht's schnell. Ab in den Ofen. Oh nein, sie sind angebrannt. Hier, probieren. Die Kekse hab ich selber gebacken. Hmhm. Oh. Ja.